Nochmal, du bist hier nicht willkommen. Du bist nirgends willkommen. Und jetzt verpiss dich aus meiner Bar. Gib mir noch einen Drink, dann bin ich weg. Hi, Schnuckelchen. Du musst mit mir mitkommen. Sofort. Hör mal, Lady. Kein Interesse. Okay, die Uhr macht Tick-Tick. Also, hopp, hopp. Lass uns gehen. Hoppi galoppi. Oh, hey, hey. Oh, du kriegst die Krallen nicht mehr hoch. Kommt vor, bei Wolverines über 40. Das willst du nicht. Wenn du nicht durch deine Scheiß-Stirn atmen willst, solltest du noch mal drüber nachdenken. Ich bin dabei, alles zu verlieren, was mir je wichtig war. Nicht mein Scheiß-Problem. Hast du das auch gesagt, als deine Welt am Abkacken war? Wie bitte? Dieser Wolverine hat seine ganze Welt im Stich gelassen. Willst du drüber reden, was bei dir los ist? Oder warten wir auf einen Rückblick später im Film? Ah, fick dich einfach. Ich weiß echt gar nichts über das Weltretten. Aber du weißt, wie das geht. Glaub mir, Kleiner, ich bin kein Held. Du warst ein X-Man. Du warst der X-Man. Jetzt bin ich so richtig feucht. Jungs, sind so albern. Na bitte, geht doch. Hätte Slow-Motion-Action-Szene. Ich weiß nicht, ob du es überlebst. Scheiße, hauen wir rein. Scheiße, hauen wir rein. Ja! Willst du ein bisschen koksen? Hey, Kokain ist das Einzige, was laut Feige zu weit geht. Was ist mit bolivianischem Marschierpulver? Die kennen alle Slangbegriffe, die haben eine Liste. Auch weißes Gold. Auch Diskostaub. Was ist mit Promipuder? Sogar Nosecandy. Willst du einen Schneemann bauen? Ja, aber ich kann nicht. Eieiei, das ist eine ganze Menge an Easter Eggs. Und je öfter man den Trailer schaut, umso mehr wird man sicherlich entdecken. Und damit war es der erste richtig lange Trailer zu Deadpool und Wolverine, den uns Disney ab dem 24. Juli in die deutschen Kinos bringt. Und damit im dritten Deadpool-Film, der Einstand von Deadpool im Marvel Cinematic Universe. Der soll ja weiterhin R-Rated sein und man sieht es ja auch im Trailer schön für die Zielgruppe und das Publikum und die Fans, dass man hier das Ganze nicht künstlich auf Jünger verknappt und das Aufeinandertreffen von Wolverine in seinem legendären gelben Suit auf Deadpool ist eine Sache. Die wünschen sich Fans seit vielen Jahren, weil einfach die Stimmung zwischen Ryan Reynolds und Hugh Jackman, die immer auch miteinander Zwistigkeiten aus Spaß online versuchen auszutragen, genau die Energie ist, die man dann hier auch empfehlen will. Ich finde, der Trailer hat durchaus seine ernsthafteren Momente, als ich gedacht habe, auch wenn man hier wieder ein paar Film online hat, wenn man über Sequels und Prequels und Franchises redet oder Do You Wanna Build a Snowman im Original hört, es auch ein bisschen Richtung Eiskönigin geht, geht es aber darum, die Welt zu retten, eine zerstörte Welt zu retten und auf jemanden zu treffen, der schon alles hinter sich hat und am Boden anscheinend ist, der quasi wie in einem Heilungsprozess sich befindet, wenn das vielleicht auch mit Alkohol stattfinden soll und versucht dann mit der TVA eine andere Zeit und eine andere Ebene zu reisen, um zu retten. Dabei den gigantischen Helm von Ant-Man zu sehen, in dem noch der Schädel drin ist, lässt vermuten, dass man den Zeitkreis im Grunde sieht, der in Richtung Doctor Strange geht, dass man Cassandra Nova dann sieht mit ihren Kräften, aber trotzdem habe ich das Gefühl, erst einmal noch nicht so sehr gespoilert zu werden und erzählt zu bekommen, okay, wer ist noch alles mit dabei, außer wenn ich vielleicht in jede kleine Ecke schaue, noch was entdecken können, aber noch ein Gefühl dafür habe, mich selbst zu fragen, okay, was für eine Geschichte wird mir hier am Ende präsentiert. Und da muss ich sagen, stimmen genug Elemente, mir Lust drauf zu machen, ich freue mich die ganze Zeit und damit meine ich seit Jahren auf Deadpool 3 und seitdem klar ist, dass es dieses Aufeinandertreffen geben wird, glaube ich, dass da Fans richtig Freude dran haben werden und der Trailer macht mir mehr Lust, ohne zu viel zu zeigen, aus meiner Sicht. Was sagt ihr denn zu diesem langen Trailer von Deadpool and Wolverine? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und habt ihr Sachen entdeckt, dann listet sie gerne dort auf und diskutiert darüber. Macht ja schon Spaß, sich auf so eine Easter Egg-Suche zu begeben, in diesem schon inzwischen sehr, sehr angewachsenen, angeschwollenen Mal, wisst ihr, im Eddie-Universe. Macht das gerne und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen. Musik